So, da wär ich wieder. Mit Krieg und Ruiden und nicht mehr gab es so viel Frust wie der Letzte Woll. Na, Katzi. Ich wurde grad von kleinen Mistspinnen eingesponnen. Fick dich! So. Okay, jetzt geht's hier. Euch allen an den Kran. Vielleicht auch nicht. Ich krieg hier so'n Spinnenseil oder sowas. Ich muss mich hier durch die Gegend schwingen. Das wär bestimmt hilfreich, wenn ich auch Spinnenseil hier kriegen könnte. Schau, ich parroniert nach oben. Einiges Problem, hier ist ein Dach. Na gut, ein paar Trossen, aber naja. Guck mal, ich brauch wieder eine Messerklinge. Okay, speichert. Hier passiert was. Für sowas wert. Bähähähähäh. Okay. Ich kann's natürlich auch zerreißen. Das geht auch. Ja. Aber anscheinend kannst du hier noch nichts erreichen. Am besten halten wir uns erst einmal fern von hier. Sicher. Ich abbauch. Gut, aber das Riesenvieh greift mich nicht an. Okay, dann geh ich ja wieder. Hm, ich glaub ich kann mich da langhangeln. Nur so eine Vermutung. Okay, ich geh wieder. Tschüss. So. Damit hier ja nicht mehr Nachwuchs kommt. So, und jetzt? Ah, ich geh auch noch drüber spüren. Glaube ich. Nein, ich kann nichts drüber spüren. Und jetzt? Äh, äh. 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 Und jetzt? Anscheinend kannst du hier noch nichts erreichen. Am besten halten wir uns erst einmal fern von hier. Du erzählst mir gerade, dass ich in diesem Dungeon noch nicht sein soll. Das ist ja super. Schön, dass ich hier bin. Ich habe irgendwie das Hardcore-Gefühl, dass mir irgendein wichtiger Gegenstand hier komplett fehlt. Aha, fick dich. Okay, geht doch so. Ich dachte gerade schon, ich soll hier überhaupt nicht sein. Aber dann hatte ich ja doch irgendwo recht und der Beobachter irgendwie auch. Und dann ist ja irgendwie alles gut. Doch. So. X. Der Angriff ist mal nice. Guck mal. Woops. Loll. Cool. Okay. Hier ist nix. Hier ist nix. Gut. Dann weiter ein Text. Schnauze. Danke. So. Dann gehen wir halt erst mal da. Ist mir noch was? Leider. Die Lüchter jetzt nicht festgehalten hätte ich das Krieg, ne? Das Auge habe ich aus einer Rachsucht angekloppt. Na Spinnis, wo seid ihr? Da bin ich und Probleme mit war? Das ist meine Wünsche. Wow. Und das, 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 was, 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 was? Ist auch noch keine Verpackung? Ja, ok. Schön für dich. Scheideal. Seid ihr überhaupt böse Engels? SNK Engel? Untote Engel? Geister Engel? In dem Moment, wo ich wieder rechts rauskomme. Ne? Ich denke, sie ist ein Viech. Schnelle. Fick dich. Töne, sie ist ein Viech. lich. Töne, sie ist ein Viech. Töne, sie ist ein Viech. Töne. Er ist ein Viech. Egal, was es war, es geht nicht. Okay, hat sich das gerade einfach fallen gelassen? Ja, komm her, los, komm her, komm her, komm her. Noch jemand? Nicht? Okay. War noch was? Gut. Ich weiß, was du noch nicht, ist. Dimmst du noch. Ja, dumm, der tut weh, ne? Ja, ist nie, ist klar. So, gib mir das jetzt ein. Fuck, die Karte. Das hab ich grad irgendwie nicht bedacht. Was würd ich da jetzt wieder hochkommen? Vieh, ich komm runter, gefälligst. Ja, das war ein Fick. Haha. So. So. Einmal drehen. Wie ich jetzt noch wüsste, was ich damit anfangen soll. Also draufhauen aber ja und sonst so. Hilfen mir das was genau? Weiter hoch komm ich ja nicht, außer dahin tatsächlich. Warte mal. Das können wir jetzt nicht noch probieren. So, dass ich irgendwie dahin komme. Aber irgendwie sieht das auch schon ziemlich utopisch aus. Ich kann das Viecher immer noch abschießen. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Idee ist das gut. Toll. Krieg der springfaule Muffel. Ey, ganz ehrlich. Danke. So, das ist nicht geplant. Fahre ich nicht wirklich durch da hin. Ich muss ja auch gar nicht mal so hoch. Aha. Nein. So. Ich muss ja eigentlich nur da hin. Great Sherlock. Ich muss ja eigentlich nur da drauf. Dann hab ich vergessen, dass ich da von unten gar nicht drauf komme. Soll ich mich doch hoch. Super. Toll. Mann. Lass mich da. Drauf. Hui. Hui. Puck. Hm. Problem. Sie. Sie muss wohl etwas länger warten. Und dann besser gut ein Gewicht finden. Hm. 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 Ich muss nicht sagen. Nein. Ja. Be auf Schoen. Weigen. Hm… hmmm. Hm… hmmm. Hmh…Raaaaaah. Hm, hm… hm… Hm, hm, hm. Ist hier richtig langweilig? Jetzt kommt wieder was Aufregendes, jetzt dürfen wir wieder irgendwas mit irgendwo reinrammeln. Ja, die Formulierung war beabsichtigt, nicht jugendfrei. Und vor allem in dem Fall ziemlich seltsam, weil... Ich finde das eigentlich so unglaublich brutal und eigentlich geht gar nicht, makaber auch noch, aber na gut. Will ich da runter? Ja, warum nicht? Oh, hei. Nö, juckt das Viech nicht wirklich, ich gehe wieder. Ups, 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 ups. Ich will dich nicht nochmal rufen müssen. Schnauze. Der Scheiß funktioniert. Hi. Go, go. Die vier sind eigentlich super oben in Sand und Trille. Weißt du was? Wie die tut ja auch einfach nur da oben. Schlettern, ne? Also, oh, hier unten, ne? Ich bin. Ja. Okay. Jetzt hörst du mal auf. Ich weiß schon, wie ich da vorgehen muss. Ich muss mich nicht dran erinnern. Ich weiß schon, wie ich da vorgehen muss. So. Der Effekt war da auch mal ein bisschen stärker. What the fuck? Dann halt so. Wie ist das Viech jetzt? Viech? Ja, super. Das Viech weg. Ganz toll. Wow. Viech wieder da. Toll. Schläge dich. Du musst du schneller machen. Ich weiß. Ich dachte, das scheiß Viech geht dabei drauf, wenn die schadamte blöde Eisfläche drauf geht. Aber nein, nehmen wir nicht. So, jetzt bleibt der Geschlecks unten. Ich will da noch was ausbilden. Zieh mich mal hoch. Danke. Nein. 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 Ich wusste nicht, dass es so wenig ist, dass das genau da anläuft. Ja. Das war weiter. Und. Irgendwann muss doch dieser Panzer auch mal kaputt sein, oder? Ja. 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 Ich bin mir einfach nur den Weg und geh dann auch so rum. Gut. Wir lassen uns rein. Gut. Wir machen es dann doch so. Wir können es natürlich auch so machen. Es ist aber auch optikatorisch. Jetzt laufe ich gegen die Wand und fliege wieder runter. Ich bin überrascht. So, ein Kern. Yay. So, und jetzt? Bups. Runter. Ich weiß, dass das Viech jetzt auf den Rücken liegt. Das wird er wahrscheinlich nicht lange, lange brauchen, um... Naja, das ist wahrscheinlich gleich wieder. Jetzt ist es wieder da. Komm, Felix, ja. Fick dich! Warte mal. Na, zu spät jetzt. Na, zu spät, na, zu spät. Na, zu spät. Na, zu spät. Na, zu spät. Warte. Ich werde es einfach mal ziehen. Warte. Ich werde es einfach mal ziehen. Warte. Dreck, es kann viel, wie oft soll ich denn einen Scheiß machen. Ich verwandle mich vielleicht in die Chaos geschaffen, das auch holen. Ich kann irgendwo mal diese fucking Eisfläche gleich auf und direkt kaputt gehen, sodass ich das Fies direkt schlachten kann. Das ist jetzt einfach nur nicht dein fucking Ernst, oder? Wie soll ich denn... Jetzt habe ich sie sich rausgeschaltet, vollkommen verplempert. Nein, viele Füder werden mich nicht treffen. Wie oft noch? Wir probieren mal was anderes aus. Scheinlich ist die Sicht nicht kaputt. Dann lieber das hier. Ihr seht ein Artefakt, wo sie mal hinkommen. Ach, voll. Das ist ein Artefakt, das ist ein Artefakt, das ist ein Artefakt. Das ist ein Artefakt, das ist ein Artefakt, das ist ein Artefakt. So, ups. Ich bin ein bisschen verschätzt. Hm, ja, ok. War jetzt auch ein bisschen utopisch. Habt ihr irgendwo mal alle Soldaten-Artefakte gesammelt, oder? Dauert das noch? Ich habe auch irgendwie kein Gefäß, ne? Für Lebensregeneration. Ok. Ich hab mich schon gewundert. So, jetzt nicht mehr. Hey Flex wird so ein Kammerjäger werden. So, da oben ist jetzt so ein komisches richtig... Ah. Verstehe. Nein, du kannst schon runterkriegen. Das ist durchaus beabsichtigt. Wiff, 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 wiff! Wiff, 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 wiff! 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 Und jetzt, was mache ich jetzt damit? Ich will dich irgendwo hinschieben, wo du bumm machst. Ganz ehrlich, also, das hat er echt auch mal mehr Wumms. Was? Ich weiß gerade ernsthaft nicht, was ich damit mache. Was will ich denn damit hochjagen? Nur wenn ich das jetzt wüsste, also... Ist das eine super Idee? Also, ja, das scheint funktioniert. Alles klar. Was. Was. Wiff, 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 wiff! Wiff, wiff! Wiff, wiff! Wiff, wiff! Wiff, wiff! Wann den, gefährlich! Ähm, ja... Fuck! Ich hab's gerade! Das Private jetzt brenn' ich. Dann möchte ich es nicht direkt auslösen. Wir. So funktioniert das nicht. So funktioniert das auch nicht. Ich bin doch doof. Ich kann es natürlich auch wieder runter schieben. Soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Ich traf es. Bleib nicht doof. Aber nein. Ich kann es nicht mal rein. Ja, jetzt hab ich was damit gescheitert. Stellen wir es wieder runter tun. Verstehe. Gut. Heute sind wir wieder ganz besonders schlau. Nicht. Oh Gott, gehen wir so auf. Ja. Ich mag es nicht, wenn ich merke, dass ich irgendwie zu müde bin, um zu denken. Das geht mir komplett auf. Gut, wir haben es auch später. Aber das ist alles gut. So, und jetzt. So, viel Spaß damit. Hi. Na, auch hier. Gewesen. Spring, springe, springe. Okay, weg. Wuch. Die sind ja noch da. So, der Scheiß. Ja, doll. Ich dachte, explodieren wir nur gut ist. Super, wenn ich jetzt am Arsch bin. Na, tolle Oben. Hättet ihr das nicht ins Memo schreiben können. Hoffe ich mal, dass der Scheiß funktioniert. Nein, fäng dich. Jetzt sind ja die Bombenviecher schon weg, ne. Das ist irgendwie auch ein bisschen seltsam. Oh, da waren sie weg. Dann waren sie wieder da. Jetzt sind sie wieder weg. Dann müssen sie jetzt eigentlich wieder da sein. So, ich habe jetzt noch mal ein paar, sag ich mal ein paar, oder aber, irgendjemand will mich verarschen. So, komm, ich muss noch weiter hoch. Habe ich jetzt eigentlich irgendwelche Gefäße dabei? Ich habe vier Stücke der Abgrundrüstung, Ausrüstung, Lebensdessenz, Lebensdessenz. Ich würde es ganz gerne mal benutzen. So, ich hebe es nur noch mal auf. Ha. Na, gerade hier sind wir. Ups. Okay. Ich wollte eigentlich das andere auswählen. Doll. Willings bin ich hier. Na, und ich habe wieder Leben. So geht es natürlich auch. So kann ich mich auch Leben zurück entschieden. Das war doch die... Achso, das liegt hier auf der Eins und das habe ich aber zweimal. Ups. Ja, ne. Haha, ausgewählt. Ich bin doch. Ich bin doch. Wollte es. Ich bin doch. So, das ging nicht, weil er das aufreguliert und werde es verlieren. Na, Körper? Durch. So, ich laufe ohne Beine und ohne sich zu laufen. So, ich, es ist sicher, weil ich glaub, was ich. Ungekehrt mit, was ich dich gibt. So, ich denke, es passiert nicht. So, die ich sagen. Oh, das war. Oh, das ist es bestimmt nicht. So, ich sage, wir kommen zum Teil. Ich bin hier so fies, aber die Aktion mit der Spinne war cool. Ich habe in dem Moment, wo es mich angesprungen hat, alt gedrückt. Deswegen pariert und sie hat dann gerippt. Zermatsch. Eins ist das Problem, danach kam der andere und den konnte ich dann irgendwie nicht mehr berichten. Das ist ein doof, dahlher. Fuck. So, mogi verzeihen, wenn ich jetzt nicht zu viel gereden sollte, aber... Das ist ein doof, dahlher. Ich wechsle mein Dicker ausgestallt. Scheiße, jetzt habe ich einen Finisher. Aber der kommt ein Stück noch mal. Werde ich doch fett, das ist aber gut. Gut, dann haben wir es auch. Jetzt legen wir den Rest hier. Okay, hier gibt es jetzt mehr raus von den Eigengängen. Das finde ich jetzt ein bisschen uncool. Aber ich glaube, ich weiß, wohin der wird. Genau. So eine wundervorm schöne Truhe. So, ich habe es gesagt, jetzt will ich ja wieder raus. Aber das will irgendwie nicht. Gemein. Dann gehe ich halt wieder raus. Und hier noch. Und hier noch. Och, neöö Please don't Fick! Was ist denn da hier geschnitzend? Was geht denn da? Warum leuchtet der teilweise einfach so fettgelb? Ach so stimmt, der fettgelb war nicht hinter dem Gehen. So nochmal from the beginning. Ich werde nur ziehe hier meine Zen-Signal, aber ich kann auch eine Fremmerhandschulden, weil ich schon dabei bin. Ah ja, das ist so gut. Kommt die ganze Zeit nach, oder was ist das hier los? Anscheinend nicht. Okay. Cool, wir haben mittlerweile knapp 9000 zählen. Finde ich gut. Cool. Muss gar nicht das. Das fliegen wir auch an. Ui! Das bringt er wieder. Weil das bringt. Wo ist denn das fette Drecksvieh? Ist das eine zweite Decke, die Spinnendecke? Äh lol. Was war das jetzt? Great. Jetzt. Hätte ich nicht fast übersehen. Gesundheitstruhe! Yay! Sind es mittlerweile rar gesehen tatsächlich. Was ist denn das? Irgendwo an der Fakten? Super. Theoretisch könnte ich vielleicht sogar da. Oh nein. Huch. Ah, toll. Fick dich. Da war eine Truhe. Und dann müssen wir diese Truhe weg. Wir brauchen so braun für die Gebäude. Die strah. Huch. Whoa. Lilo, теперь gehen wir. Ich verstehe nicht, wieso ich die Tabis mit Mary of Effect nicht treffe, aber die mich mit irgendwas. Verzisch dich. Ich habe gesagt, verzisch dich. Ich komme hoch, jedenfalls nicht so hoch, was das ist. Oh, guck mal ein neues Ding. Ja! 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 Abgrundkette, yay! Nein, nein, das ist zu tun. Oh, das ist doch... Dich! So, ja, das war schon so wunderschön. Oh, ja, das ist zu tun. Oh, ja. Ich bin nicht da hinten. Oh, nein. Scha-de. So, jetzt hat man sich sowas für ein Spinser. Wenn ich die jetzt noch seh'n würde, ei, ei, ich würd's ganz, ganz gern da halten. Wollt' ich sagen, hui, äh, hui, natürlich so geht's natürlich auch. Stimmt. Und jetzt. Gott, ich find' ich auch blöd. Ich hab' nur hier hoch. Warte, nicht. Ui, jetzt geht's auch. So, hier. Hä, wieso kann ich jetzt nicht hier hoch? Jetzt geht's. Versteh' ich jetzt auch nicht. Hier ist jetzt die andere Truhe hin. Die da so war. Hier oben so weg. Geht halt nicht. Ich bin jetzt zwar da, aber gefühlt hab' ich halt immer noch diese Truhe gesehen. Da. Ziem' mal. Da. 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 Überlegen Überlegen ist schwer So, wollte ich jetzt Ich wollte eigentlich nur Ich glaube es war auch schon wieder eine Ich hasse es So Hui 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 Okay, jeder hat mich Ich würde es Wie denn Wohin Hui 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 bueno Hui oppose Hui 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 Das funktioniert so. Ja Ich kann mich nicht Ja, aber da komme ich so nicht hin Das ist so gerade mein Problem Ich kann mich da nicht strecken Jetzt geht es auf einmal schon Okay, gut Das habe ich jetzt die ganze Zeit probiert Danke Bin ich ja sehr nett, dass das irgendwie nicht geht Hier, Teil der Aufgrundrüstung So, und jetzt Ich will ganz gerne doch Was ist denn nun? So Was ist denn hier? Was haben wir mir denn das bringen sollen? Ja, da komme ich auch nicht halt vorbei Okay, ich fühle mich schon wieder Wozu ist jetzt dieses verdammte Ich verstehe es gerade wirklich nicht Wozu ist dieses Grundmeter jetzt da Und ich komme jetzt auch vorbei Weil irgendwie funktioniert das halt mal hardcore gar nicht Was ist das? Das war's. Okay, dank wenigstens, das jetzt funktioniert. Ich muss jetzt schon die Spieler umgehen. Aber ich brauch mal schlau. Ich dachte, ich komm mal sogar so vorbei, wenn ich das wieder spielen kann, aber natürlich nicht. Jetzt will ich was tun für dich. So, Schatz, Unordnung, schon freigeschattelt. Toll. Langsam wird ein Shooter aus. Toll. Und jetzt? So, wenn das hier was... Achso, da kann ich wahrscheinlich von da aus einfach hochziehen. So, genau. Hier war ich erkannt. Gut. Dann muss ich jetzt dann wieder weg. Das gehe ich hier rüber. Dann war ich hier. Sollten wir besser nicht da sein. Gut. Okay. Gibt es ja auch irgendeine Abkürzung oder ein Schlangenloch oder irgendwas? Was? Nein. Jetzt muss ich mich da einmal zurückarbeiten. Toll. Das ist ja klasse. Gut. Dann würde ich sagen, ich speichere jetzt hier und mache eine Pause und wir sehen uns Ohаниз production.